So, und was ist hier? Viele der Narben, die unser Land noch trägt, sind auf den Drachenkrieg zurückzuführen. Viel mehr ist nicht bekannt, mit der Ausnahme, dass die Drachenblüter für sein Ende bedeutend waren. Okay. Kalte Tatze? Hm. Na. Der Winter naht. Danach wird das Frühling, miau. Na, das stimmt. Hast du gut bei der Schule aufgepasst? Bin stolz auf dir. So. Was ist hier? 25. Die fehlenden Seiten. Hm. Was ist denn hier? Wie heißt das? Lamm? Irgendwas mit Lammruinen. Kann ich nicht sehen, okay. Hm. Okay, was ist denn hier? Zahl in orme Mengen an Gold. Versachte ähnliche Informationen über die Drachenblüter. Karloft. Okay. Ähm. Warte mal kurz. Bist du nicht das Drachenblut, von dem alle gerade herumschnurren? Ich bin Karloft, eine Archäologin. Der muss mir helfen, den Drachenblutschatz zu finden. Oh, interessant. Drachenblutschatz? Hey, was wo? Du kannst ihn dir alleine krallen. Recht. Ich bin nur an seiner Geschichte interessiert. Besonders eine bestimmte Drachenblutabstammung interessiert mich. Ich interessiere mich für... Karloft. Karloft. Ich zeige dir ein altes Buch. Diese gehört einem der ersten Drachenblüter. Deinem Vorfahren. Es wird uns zum Schatz führen. Doch es fehlen eine Reihe von Seiten. Na toll. Wenn das Buch alt ist, hat es wahrscheinlich einen starken Geruch. Leih uns das Buch und wir werden diese Seiten finden. Okay, ja, das werden wir. Wo sollen wir nachschauen? Da drüben, okay. Ja, Höhle. Cool. Hier. Da liegt eine Seite auf dem Boden. Schön. Okay, was zum? Das macht überhaupt keinen Sinn. Oh, das ist die alte Sprache. Das da, da, da. Hm, gehen wir zuerst mal weiter. Okay. Du, 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 du. Oh, das ist hier die Lyrik von... ...diesem komischen Skatman-Song. Historiker glauben, die seltsamen Statuen, die überall auf dem Land verstreut sind, ...zeigen, wie die alten Meister ausgesehen haben. Hm. ...murinnen, okay. Da ist ein Möchtiger in Spyro. Löchige Höhle. Es ist in der Fledermaus-Höhle. Wir können nicht suchen, wenn all die Monster um uns herum sind. Beseitigen wir alles im Inneren. Töten. Ja, lieben, gerne. Töten, 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 töten. Ja, wo sind denn die Monster? Da sind die. Ach, ne, warum so viele von denen? Ne, ne, ernsthaft. Ach, ne. Autsch. Ne, ne, geh weg. Autsch. Na toll. Wurde übel erwischt. Autsch, au, tsch, au. Und weh, du hast dich geheilt. Natürlich hat er sich geheilt, ist klar. So. Das war sowas von klar. Hm. Na komm her. So. Okay, der kämpft gerne. Bei diesen Stacheln ist er scheiße. Was denn ist? Okay. So. Und das? Tja, Level 10. Flammen schnurren. Da hast du keine Chance. Tö, 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 töm. Na, schon wieder, wenn sie faschen. Okay, ich schmesse die Scheiße gleich weg. Das nervt. Warum werden immer die aufgewertet? Gibt es bestimmt, weil der heißer Wund da ist. Der hat hier eine negative Aura. Deswegen funktioniert es nicht. Der bringt Unglück. So. Tja. Ah, du bist ganz schön langsam. Komisches Monstervieh. Du hebst drei Seiten auf. Schön. Sie machen alle keinen Sinn, Groll. Vielleicht auch du weißt Kara etwas. Siegern ist im Ziphon. Hat die Macht des Star. Okay. Ja, was für ein Mist. Okay. So, jetzt mal schlafen. Jetzt mal auswohnen hier bei letzter Ruhe. So. Gut. Okay, so keine letzte Ruhe. Schön. Da bin ich froh. So. So, geschafft. Du gibst es heute an Kara. Hm. Sieht so aus, als ob du auch nicht weißt, was es bedeuten soll. Ja, okay. Ich versuche es herauszufinden. Danke dafür. Wir machen echt Fortschritte. Schön. Ja, knapp dran. Aber immer noch falsch. Immer noch falsche Seiten. Okay, und weiter geht's. Die geschützten Seiten. Okay. Ihr seid zurück. Genau dann, wenn ich euch brauche. Ich habe herausgefunden, was wir brauchen. Um die Seiten zu entziffern. Wir brauchen den Drachenblut-Kodex. Ähm, es ist jetzt vermutlich unmöglich, diesen Kodex zu finden. Äh, naja. Darum musst du mit zum Grabräubern gehen. Komm, denk an den Schatz. Ich werde warten. Grabräuber. Mauen Sie, ich hoffe, der Schatz ist den ganzen Aufwand wert. Ja, das stimmt. Los, es sind ein paar Gruften in der Nähe. Fangen wir mit denen an. Okay. Bist du sicher, dass dies die Höhle ist, die du plündern willst, Katzkumpel? Äh, nee. Nö, 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 nö. Wie sieht es damit aus? 45. Hm. Okay, und welches Level bist du da drüben? Und wie viel Gold habe ich? Okay. To, 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 weg da, weg da. Level 40, okay, da gehe ich rein. Wow, kann sich das fühlen? Erdbeben. Okay. Was ist jetzt hier los? Das Kampf von draussen, lass uns wieder hochgehen. Nein, ich will hier looten. So, er nimmt das. So. Hm. Okay. Die alten Drachenblütler stehen wohl auf diesen Scatman. Auch wenn das keiner versteht. So. Niemand versteht das. Tja, was damals so abging. Was für komisches Zeug. Hm. So, nö, nö, nö. Ja, ich habe was besseres. So. Ich kann das besser als du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Autsch. So. Du, 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 du. Nehmt das. Das Flammenschnurren. Habt ihr keine Chance. Und ihr nehmt das auch. Nein, nicht schon. Nö, wieso so einer? Autsch. Okay. Ja, dieser Typ da hat mich abgelenkt. Vieles geht das sonst. Du, 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 du. So. Hm. Hm, 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 hm. Du, 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 du. So, komm her, du viel. So. Du, 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 du. Dachstapeln. Ha, ha, Autsch. Na, 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 Mist Ah, die sind echt ätzend Ah, und wie ätzend Hm Hier könnte vielleicht noch ein Geheimnis sein So Denn nur eine einzige Kiste Das glaube ich nicht Okay, mal kurz schauen Den Rand ablaufen Einmal Vielleicht ist hier noch was versteckt Aber ja gut Fällt's, aha Aha Okay, aber so eins Hab ich mir gedacht Aber wir haben es entdeckt Ja, wir sind auch der Abyss-Valko Das haben wir einfach so gelernt Da drüben Das sieht verdächtig aus Ach, der Kreis da, okay Interessant So Autsch So Hm So Schön besiegt Was ist das? Hä? So ein Schei Äh, Shitake-Pilz Was für ein Pilz Shit-Pilz Okay Warte, ist das nicht der Kodex, nach dem wir suchen? Ach Schnell kann wir ihn uns Ja, wir krallen ihn Tatzen hoch und sammeln Oder was auch immer Okay, Autsch So, dann wir konzentrieren So Okay, ich hab jetzt eine Rüstung Die ist cool Und ist ja auch ein Schatz Ein anderer Schatz Hm So Tja, ja So, nimm das Oh Wir haben das Buch Schön Du hast dir den Drachenblut-Kodex angeeignet Wo auch immer das auf einmal herkam Aber schön Da versuchte etwas, uns dabei zu helfen Den Schatz zu finden Ja, das stimmt Doch er scheint uns auch irgendwie auf die Probe zu stellen Na, ist auch gut so Damit nicht jeder den Schatz bekommt So Du gibst Karin den Kodex Du hast ihn tatsächlich bekommen? Ehrlich gesagt, hätte ich das nicht gedacht Ja Schatz, wir sind auf dem Weg zu dir Hm Ich rufe euch wieder, sobald die Worte vollständig entziffert sind Hier ist eure Belohnung Schön Fällige Panzerrüstung Cool Warum nicht? Yay Nice Es läuft Und gute Nacht Ja, das läuft auch Das Schlafen So 35 Die Archäologin Auf der Flucht Oh shit Exportiert jetzt alles Hm, wo ist Kara? Hm Warte, da liegt ein Papierfetzen Wo? Ach da, ganz groß Wenn ihr das lest, dann heißt es, dass ich gegangen bin Versucht nicht, mich zu finden Kara läuft Okay, wir müssen sie finden Kara dieses Stück Hundekacke Oh Okay, jetzt wird's ernst Versucht sie, den Schatz für sich allein zu haben Folge ihrer Spur um Katzen willen Da drüben, okay Na warte Was soll das denn? Hey, ist das nicht ein weiterer Papierfetzen? Und dazu noch Banditen Als Belohnung Hey, das ist ja das Wachenblut Es ist wegen dem Buch Ihr schnappt ihn Das Buch Was für ein Ding? Autsch So Hm Autsch Was ist denn Mist? Mio Sympathiten auch hinter dem Schatz her Hm Vielleicht ist Kara deshalb weggerannt Das kann sein Okay, Sekunde Einmal pennen So Gut Diese Katze mit weissen Fell Zeigt viel Potential Sie ist der perfekte Kandidat Ähm Er scheint eine Seite aus dem alten Buch zu sein Miau Wow Er heißt Kara ist es gelungen Etwas davon zu entziffern Und dann geht es aber um Drakov Hm Dann der soll ja weiss sein Wer bist du? Es man die denn jetzt? Schurkige Magier Oh nein Jetzt geht es aber los hier Autsch Boah shit, so viel Schaden Uuuuh Und Götter Katzens Willen So viel Schaden Anscheinend will jede Katze und ihre Urgroßmutter dieses Buch Tja Tja Hm Anscheinend wird die weisse Katze gemieden Die anderen sind neidisch auf seine Fähigkeiten Genesant Was kommt jetzt? Ah Mann Dich will ich nicht Geh weg Verschwinde Und doch bleibt die weisse Katze freundlich und loyal Sollte nach ihrem Namen fragen Besond Es gibt nicht viele weisse Katzen, oder? Du denkst doch nicht, dass sie es Hab ich mir schon gedacht Es könnte sein Pssst Oh nein, ein Creeper Schnell weg Nein Okay, da ist äh Tatzen statt Schön Erstmal pennen So Creeper erfolgreich Und gangen Schön So Ich bin so froh, dass die Katzen nicht auf meine Mitteilung Gehört, ob ihr mich gefunden habt Ich dachte, ich sei erledigt Anscheinend will wirklich jeder diesen Schatz Doch er wird uns gehören Mhm Da hast du vollkommen recht Okay Ich hab auch schon fast alles entziffert Treff mich in der Stadt wieder und wir holen uns den Schatz Also die Stadt da oben Oh, okay So Da ist eine Question Da können wir das vielleicht lernen, da drüben Oder hier Der Weg, um auf dem Wasser zu gehen Cool Das lernen wir gleich Zuerst mal wieder da oben hin Okay Wieder da oben hin Ach Kappa ruinen Oh nein, da bin wir das von Kappas Nicht gut Gar nicht gut Hm Und weres Level bist du? Level 40 Naja, das können wir tun 20.000 Oh shit Hm Na dann Na dann Ähnlich seid die Katzen hier Ich habe gute Neuigkeiten Du hast den Schatz für uns Ich habe das gesamte Buch entziffert Schön Und Und habe herausgefunden, was der Schatz ist Aha 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 Okay Nun der Schatz ist Hä Ja Oh, jetzt machst du aber Witze, oder? Was zum Ähm Was ist hier los? Sag ich größe, Drachenblut Wir sind die aus alter Zeit Die ersten Drachenblüter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay 7 Stück Wir haben dir unseren Kodis enthüllt Und nun ist unser Schatz Alles, was geblieben ist Miau Das sind deine Vorfahren, Katzkumpel Ja, gib uns deinen Schatz Gib ihn Unser Schatz ist nur für die wahren Drachenblüter Es ist an der Zeit, dass du deinen Wert unter Beweis stellst Oh shit Natürlich Hm Okay So, bisschen konzentrieren Puh Jetzt kommen zwei Die da, okay Ah, das sind dann Witz Kann ich mich schön voll heilen So Okay Ja, die können nix So, tschüss Jetzt bist du dran Okay, aber wenn jetzt hier alle auf einmal kommen Dann ist gute Nacht Dann ist doch zu viel So Okay So, nö, nö Nicht heilen hier Nö, nö, nö Hervorragend Und jetzt kommt das große Finale Oh nein, kommen jetzt alle zusammen Ah, okay Gut, das geht Das geht Das ist kein Problem So Ja, und wie So, nö Das Ich hab schön die Macht He, he, he Ich konnte gerade schön spammen Nice Autsch, Mist Das war sehr dumm Da bin ich aufgepasst So Okay 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 So, nimm das He, he, he Schön Ich glaube, den Blitz mach ich als nächstes So Ah, shit Autsch Ist aber nicht nett gewesen Puh Er ist zwar ganz schön riskant Er ist aber dir schön Nice Ja, die sterben immer cool Richtig übertrieben, aber das muss sein So Hm Der hat das echt geschafft Unser Schatz gehört das Tier Bekommen wir die Rüstung von denen Es wäre schön Wie ich es schon sagte Der Schatz besteht aus Wissen und Erfahrung Was Entschuldigung, du musst uns mal eine Minute geben Ja, wir gehen jetzt in die Ecke und heulen Du wirst definitiv wesentlich mächtiger nach all dem Sein und dazu Könne ich jetzt noch die ganze Geschichte der ersten Drachenblüterlinie Gewatten So Darauf muss ich jetzt mal trinken Kein Schatz Kara, gib dir das alte Buch Können wir das lesen? Es steht alles darin Ich denke, du wirst es sehr interessant finden Bis dann, Kätzchen Tschüss Schauen wir mal, wer die weiße Katze ist Das ist Drachenblut Es ist Drachow Es ist Drachow Okay Interessant Der Erste Drachow wurde als großer Anführer und Retter bekannt Er wird uns sicherlich den Sieg im Drachenkrieg bringen Das kann nicht derselbe Drachow sein, nicht? Hm, vielleicht wurde er verrückt Oder er hat eine traurige Vergangenheit Und wurde böse Nun gut Eines Tages werden wir es wissen Ja, das stimmt Du fühlst wie die Erfahrung Die Erfahrung Der Drachenblüter tief in dich reindringt Die Erfahrung Schön Yay Das war interessant So, jetzt mal schlafen Tja